Das freut sich nicht. Ich sehe nur den Mülleimer. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Wir haben dieses Jahr ein relativ besonderes Silvester vor. Normalerweise sind wir mit Freunden unterwegs oder bei der Familie und so. Und ja, wir wollen heute mal Berlin von außen beobachten. Momentan regnet es, es ist nebelig, könnte aber auch von den ganzen Raketen sein. Dafür fahren wir gerade aus Berlin raus und wollen uns mal irgendwo außen an den Rand stellen. Um 0 Uhr, Kamera an und gucken, ob man dann sieht, wie alle Raketen hochgehen. Das wäre echt der Wahnsinn, wenn es so wird, wie ich es erwarte. Und ja, da möchte ich euch gerne mitnehmen, mal meinen Silvester hier so ein bisschen spontan mitzugucken. Und ja, wünsche euch dabei viel Spaß. Es ist voll dunkel hier. Es ist kein Mensch auf der Straße. Ein bisschen gruselig. Weil hier steht ja auch immer ein Bus, das ist ja alles irgendwie doof. Wenn der da drehen will, stehen wir natürlich im Weg. So, wir sind jetzt außerhalb von Berlin angekommen, beziehungsweise an der Stadtgrenze. Und boah, es ist kalt. Aber das Gute ist, es hat aufgehört zu regnen. Das ist mega toll. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal irgendwie, dass wir einen guten Platz finden. Ich werde jetzt hier, ähm, es gibt hier diesen Flaming Skate, da werden wir jetzt mal langlaufen und gucken, ob wir irgendwie, äh, naja, Platz finden. Und das ist mega kalt und wir haben noch eine halbe Stunde und brrrr. Vor allem ist da jetzt auf dem Blech mega dunkel, wenn ihr mal gucken wollt. Da ist duster und momentan sieht man hier nicht so viel, weil das liegt halt alles eher, oh, hallo meine Zähne. Weil das liegt alles mehr in der Ferne. Schon irgendwie doof. So, da kommt jetzt auch ein Auto. Ein Brummbrumm. So, wir haben uns jetzt hier auf einen Berg verzogen. Und ich leuchte mich gerade mit der Handylampe an, weil sonst ist es stockdunkel. Ja, und das allercoolste ist, wir haben so eine TV-Antenne fürs Handy. Wartet, ich leuchte mal so ein bisschen. Das ist mega, mega cool. Wir stehen jetzt hier, boah. Wir gucken Scary Movie 4. Wir gucken Scary Movie 4. Oh, Alter, ist das eine Funzel. Sehr trübe. Ist einfach alles sehr trüb. Ja, trüb ist das richtige Wort. Es hat sich alles zugezogen durch die Nässe und so. Das ist echt doof. Boah, es ist so krass, diese Lampe, ne? Ach, nee. Jetzt hab ich die Valkettrom, Mann. Ja, die Sicht ist leider sehr eingeschränkt. Man kann Berlin leider nicht im Kompletten sehen. Aber das, was wir hier vorne sehen... Wow, voll schön. Oh Mann, hat man's gesehen? Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Das war nur ein Tischfeuerwerk. Wir haben dieses Jahr nichts gekauft. Komm noch mehr. Ich wünsche Ihnen schon. Keiler, du bist zu spät. Du hast noch 25 Sekunden. Komm schon. Fahr in die Stadt. Du schaffst das. Hol dir die 20 Sekunden, wie du brauchst. Du bist scheiße spät. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin da unten. Erfolg! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. Oh mein Gott. 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 Das war's für heute. Wir haben es überlebt! Alter, die Straße! Die sind auf der Straße! Wir haben es überlebt! Ich habe Angst, mir fliegt hier noch ein Böller ins Auto! Du fährst hier nur über Raketen, Böller und Co! Die Tröte, die hat schon gewollt! Mir macht das Spaß! Polizei! Die Polizei! Alle waren dabei! Das war natürlich schlecht! Jetzt kann ich auch nehmen die Polizei! Hallo, bist du hier? Ich finde das hier lustig! Ich hatte zwar keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber das muss schon wichtig gewesen sein! Unser kleines Partyauto! Oh! Er ist direkt neben mir aufgegangen! Ja, ich glaube schon! Oh! Da war doch Klasche! Auf Klasche sind gefahren! Stimmung down! Ist auf der Straße explodiert! Oh! Oh! Das hat voll Angst! Oh! 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 Oh mein Gott! Was ist das?! Oh! Oh mein Gott! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020